begrüße das gemüse willkommen zu lizinator 86 tv gaming willkommen zu beyond blue ein spiel was ich mir im store geholt habe gedacht habe schauen wir uns das ganze mal an ich habe keine ahnung was uns da erwartet ich weiß nur dass wir hier die unweiten des tiefen meeres erforschen müssen fische und was auch immer und wir schauen da gleich mal rein beyond blue e e-line media in spite of blue planet 2 i'm generally not a woo-woo kind of person if i don't get something i want to unpack it get the facts but the ocean it's a part of me you could say it runs in my blood my grandmother was a free diver and amma she helped me feel its rhythm and understand how one breath could last a lifetime we dove so often the memories all run together except one when i wished i could stay down forever the ocean cast its spell on me that day and its mystery still consumes me beyond blue so mirai eine taucherin eine freediverin die sich in das meer verliebt hat day one submerged atoll western pacific it's great to be diving again i'm anxious to find our sperm whale family and look in on our mother to be i'm also excited to test out andreas new tech ocean x is expecting a huge audience for our first live stream given how bad things were in this region a few years ago no pressure though ready to dive ja tag eins unterwasser atoll west pacific so das ist mirai wow tolle grafik hier wieder mal ein rochen wow wunderschön getroffen ok umsehen hey maria how's the new suit nice a bit itchy but i've had worse how are you breathing breathing easy this rebreather is amazing feels like i'm free ok ok we have to scan the mantaro ok l1 ah ok done how many scans before the ai is ok mobula tarapakana ok 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 arena how you feeling haven't thrown up today well it's still early you gonna be ok with the live stream hmm i may let you do most of the talking once you reach the boy you can triangulate the sound of any animal clever thank you ok now we swim ah that's the boy that's close enough you can use your dive watch to control the boy from there ok we have to do refresh me on the controls ah ok move the targeting circle around each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location ah here ah ok tumbler tumbler next live stream i'm dr murray soto and i'll be your eyes and ears on this expedition i'm joined today by two colleagues hello i'm andre hello everyone i'm irina ok ok karte anzeigen ok there's even a karte oh 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 not too small ok cool that looks to be a sperm whale i think i saw this bull from the sub i wonder how far he's traveled once we have a reliable id on him i'll see if anyone has tracked him before ok nice the pot was scanned the elephant is scanned 5 ok don't get too jealous folks just cause i'm swimming with dolphins my grandmother always warned me that although they're cute they can also be pranksters and today also very noisy can you AI parts through all those sounds not using this scanner but i do have a new drone design that should be better at isolating the source of the sounds oh here there's another one 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 and maybe next time i can weigh in before on the number that we need to scan as i mentioned the confidence model is complex you just want to find the whales well guilty okay okay now we have to go to the a bobble a bobble a bobble or was it a pot wall no a bobble okay it's a comfortable game you can see it for example going to sleep the music in the background the voice of the narrator the sounds just Mega face they will limit to Nets so i would take a hell of this and then here its another to Morales looks like we've got our first singer fantastic can't run Freeman hopefully at your next dive you can record his song to compare with other humpbacks in the area fun fact in addition to being an engineering whiz Andre is quite the musician you still writing music not for years also ich würde mich da anscheißen würde ich da jetzt was da bei diesen riesengroßen tieren da vorbeischwimmen alter ich hätte so schiss ok sensoralarm noch einmal ok das sind aber auch wunderschöne geschöpfe muss man schon sagen fun alert looks like some young dolphins are having a play date ok was müssen wir jetzt machen ok hey guys can i take a turn ok mit den delphinen spielen hau mir cooles ding ok cool dann schwimmen wir wir sind hier unglaublich das klingt zu nah zu außer der Forschungszone ein von den Wegpunktten ging runter du denkst du das ist relativ? ok ja wahrscheinlich die wegpunkt ist weg ok röde licht muss man ein seriös alert ja die batterie heilsender ok ok wo 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 Okay, die Haie tun mir nichts, sie fühlen sich auch nicht bedroht von mir, boah, die Musik, diese, boah, riesiger Wahl, alter, ich würde mich so anscheißen, ich würde einen Herzinfarkt bekommen, okay, irgendwo da unten, oha, ah, da geht es, okay, okay, ich habe den Sensor, um die Strecke zu verbessern. Okay, wie es das stres ist, Mirai, bitte, aus der Strecke zu bieten von der Strecke. Ich bin froh, das mit der Schmerzen fach. Für diejenigen, diese Sensor, die Strecke zu verstehen, was die Strecke zu verstehen, damit wir sie in andere Späßen zu helfen können. Dann schauen wir uns aber an das Erdbeeren. So. Ah, hier. Okay. Einmal. Eine Koralle hier, eine Koralle da, und eine muss da drüben sein, jawoll. Okay, anscheinend hatten wir die schon. Vielleicht hier. Nein, du hast nicht. Ja. Irgendwo hier muss noch eine Koralle sein, wo wir oben entnehmen können. Na, vielleicht hier oben. Ja. Sehr schön. Done. Erledigt. Mirai, Spermwale. Und sie müssen deiner Partie sein, weil ich ein Tag-Signal habe, das definitiv unsere ist, um den Wegpunkt zu bewegen. Auf mein Weg. Okay, wir haben den Wegpunkt wieder zurück. Ich hoffe, dass ich mit einer Spermwale-Familie reinkommen werde, die ich seit Jahren aufhören habe. Das sind... Okay. Wir haben das Signal wieder. Und ein Potwaren. Ich habe die Okay. Mirai hat es wirklich eine Achtung für diese Stille. Sie ist kalt und kalt. Genau. Lass mich Beginne auf die ganze Zeit. Ich sehe nicht mehr einen Mössen. Und eine Wohnung. Wir kriegen das auch. Wir haben wir. Das sind wir. Wir haben die Mutter. Okay, was passiert? Faszinierend. Schreibt, 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 schreibt. Remember, we need you. All of us down here. Ich habe nicht vergessen, teilt es. Auch ich brauche euch. Ja, hoffe es hat euch gefallen. War entspannt und wollen mal sehen, was uns in der nächsten Folge auf uns wartet. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Aus Süßbachi. Euer Lizinator. Bis dahin. 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 Bis dahin.